Grüß Gott, mein Name ist Manuel Roberts von der Raiffeisenbank Wipptal in Steinach. Wir stehen hier an der Talstation der Berge Alm, wo das neue Chaletdorf errichtet werden soll. Und wir als regionale Raiffeisenbank würden sehr gerne einige Häuser hier finanzieren. Da ich Firmenkundenbetreuer bei uns im Haus bin, stehe ich als Ansprechpartner zur Verfügung, freue mich über jeglichen Kontakt und informiere gerne zum Projekt und zu unseren Finanzierungslösungsmöglichkeiten. Vielen Dank. Alpenimmobilien – Ihr kompetenter Anbieter für geprüfte Ferienimmobilien in den Alpen.